So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's... Ich rege mich auf CODs Black Ops 2. Und zwar, äh, ich habe in letzter Zeit mal so ein bisschen die Community beobachtet und habe festgestellt, äh, ihr fahrt irgendwie voll auf Black Ops ab. Daher, äh, ist meine Entscheidung jetzt, ich werde versuchen, dass, äh, ich, äh, dass Let's... Ich rege mich auf, ungefähr, eigentlich fast jeden Tag rauszubringen. Ich versuche es zumindest. Versprechen kann ich es natürlich nicht. Auf alle Fälle werde ich es versuchen, so wie ihr es die letzten vier Tage erlebt habt. Und dann... Oh. Ja. Und dann werden wir mal gucken, wie oder wann oder wie oder warum oder weshalb, wie lange ich das halt mache. Oder was ihr halt wollt, das weiß ich natürlich nicht. Neue Maps oder so werde ich mir definitiv nicht dazu kaufen. Ich werde einfach nur noch... Agro machen. Mehr auch nicht. Vielleicht gibt es noch irgendwann Battlefield 4. Das weiß ich noch nicht. Weil Battlefield 4 ist schon ganz geil mit der Grafik und so. COD Ghost hatte ich übrigens schon, aber das habe ich direkt zurückgegeben, weil ich kam mit dem Spiel einfach überhaupt nicht zurecht. Und ich... Und, äh, dafür 120 Euro zu zahlen... Äh, was? Was? So, wo habe ich die Granaten hin? Gut, da habe ich es hin. Nuketown. Hallo? Man kann ja mal stehen bleiben. Was ist denn hier los? Oh. Ich habe es gehört. Irgendjemand... Oh. Er war... Waaah! Alter! Ne. Yay. Gut, da ist das Messer. Super. Komm, ich will nicht zuerst drauf gehen. Nein. Ah! Ich hoffe, es ruckelt heute nicht allzu doll, weil ich nämlich gerade im Moment Left 4 Dead 2 runterziehe und auch noch, äh, die anderen Folgen von COD raushau, die ich, äh, hochlade, die ihr ungefähr, ja, irgendwann seht. Hä? Waaah! What? Ich bin auch ein bisschen erkältet, wenn man das hört. Haha, lol. Was ein Spaten, ey. Ui. Ist ja mal recht gechillt hier heute. Ich bin eine Granate geworfen! Granate! Ich bin eine Granate! Hey! Nein! Nein! Ja! Agro-Range! Ist aber diesmal recht ruhig, sonst wirst du nämlich alle drei Meter gekillt. Der Arsch hat mich, der hat mich kommen sehen. Ich weiß, dass da eine ist. Komm! Oh. Na gut, dann halt nicht. Mann, ich denke, die ganze Zeit, da rennt einer von den Gegner rum. Da rennen sie rum. Waaah! Hab dich gesehen! Fuck! Nein! Ah, bitter! Richtig bitter! Ah! Ich habe vorhin den Herr Dreamtext gerade angeschrieben. Vielleicht... Waaah! Kommt er auch noch. Hä, wat? Ah, Drecksack. Ja! Hubschrauber, scheiße. Ich wollte den Hubschrauber. Hallo, wie geht's? Der andere kommt gleich die Treppe runtergeschossen. Hahaha! Waaah! Nein! Der Drecksack. Ich fress den Besen. Waaah! Die Meine! Ja! Feindliche Drohne nähert. Yeah! Lade da! Hab ich... Schärfschütze! Runter! Go! Na! Ah, eh, ha. Passiert. Wat soll man machen? Go over now. Wat soll's? Ja! Du Hurensohn! Entschuldigung. Hallo! Da rennen die kleinen Schweinchen rum. Ah! Nase! Oh, schade. Hä? Wo kam der Sack her? Ah! Hätte ich sehen müssen. Was? Mobbing! Das ist definitiv Mobbing. Eindeutig. Ich kann nicht so schlecht sein. Das geht einfach nicht. Ach, da war einer! Verdammt! Oh. Hä? Nerv. Yay! Ach du Scheiße. What the hell? Okay. 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 Oh. Drei Schuss. Sparsam. Yay! Ah! Nase! Ah! Gut. Wir sehen uns dann in Folge Nummer 2. Äh, Nummer 2. In der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass der Dreamtex bald kommt. Das wäre noch recht geil. So. Vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Äh, bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sag ich mal. Äh, du kannst bei mir mal bei, äh, auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken. Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ähm. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht bei einem neuen oder beim nächsten Video von mir. Wir sehen uns da. Untertitelung des ZDF, 2020